Heute geht es um das Thema Reifen und zwar um genau zu sein, um deren Verschleißbilder oder man könnte auch sagen Profilbilder. Ihr habt mir auch ein paar Reifenbilder von euren Reifen geschickt und ich erkläre euch heute mal, wie man so ein Reifen so ein bisschen analysiert und was man dagegen machen kann, wenn es gut oder schlecht ausschaut. Also bleibt dran, absolut wichtiges Thema. So, die Thematik ging eigentlich los. Ich habe mich auch speziell damit sehr bewusst befasst, als wir jetzt letztens in Brünn waren. Und wer es gesehen hat, die MotoGP war auch in Brünn und in Brünn ist die Bedingung auf dem Asphalt nicht so ganz einfach. Zum einen ist da wenig Kripp, zum anderen ganz komische Bewegungen am Hinterrad. Ich habe das vielleicht auch gesehen in der MotoGP. Und auch wir hatten eigentlich genau dieselben Probleme und ich hatte auch mit der Yamaha wirklich große Probleme, da Kripp zu finden. Und dann schaut man sich natürlich das Hinterreifenbild an und ich kann euch schon mal eins sagen, dass dieses Hinterreifenbild, jetzt gehen wir mal her da, nicht so viel Kripp hatte, tatsächlicherweise. Ich habe ein bisschen eine Umfrage gemacht in Instagram. Da habe ich gefragt, welches Bild das besser war, das eine oder das andere. Und da haben viele gesagt, dass das Bild besser war. Ja, und ich kann euch so viel zu dem Thema sagen, das ist ein bisschen zu glatt. Also es ist natürlich schön, wenn das Reifenbild glatt ist, aber es soll schon so ein bisschen aufmachen, sprich ein bisschen so eine Porenbildung, ein bisschen so eine Schuppenbildung haben. Und das sieht man hier nur ganz minimal, in einem ganz minimalen kleinen Bereich. Und das ist mir deutlich zu wenig. Und da kann man schon ungefähr beurteilen, dass der Reifen nicht so viel Kripp hatte, wie zum Beispiel der Kollege da rüben. Der ist leider ein bisschen blau geworden, habe ich schon erklärt, warum das so ist. Das heißt, dass ich da zum Beispiel, dass der zu schnell abgekühlt ist. Da hat es pressiert, das war kurz vor dem Rennen, da habe ich die Heizdecken nicht mehr raufgetan zum Abkühlen. Das ist aber eh ein XS, das heißt, das ist der Supersoft von Bridge dann. Der hat da, der hat nach 10, 12 Runden sowieso seine Lebenszeit erreicht, seine Lebensdauer erreicht. Aber da kann man jetzt sagen, mal unabgesehen von dem Blauen, dass diese Schuppenbildung, die der jetzt da hat, in diesem Bereich, in dieser Auflagefläche des Beschleunigens, das ist ungefähr genau diese Fläche hier, Das ist hier die Maximalschräglage, da zieht man noch nicht so stark, aber da zieht man dann schon rein in die mehr aufrechtere Position. Zum Beschleunigen geht es da in dem Bereich los und dann wird es immer aufrechter, aufrechter, aufrechter. Und das, was man hier sieht, ist eigentlich optimal. Das heißt, dieses Reifenbild ist genau das, was ich haben möchte. Und das Reifenbild kann zum einen abhängig sein von der Temperatur. Das muss quasi, die Mischung, die Reifenmischung muss zu der Temperatur passen. Bei Britstein haben wir hier den Fall, dass umso weicher die Reifenmischung ist, desto kühler sollte es sein draußen. Und wenn es heißer wird, sollte man eher Richtung Härter oder Richtung Medium gehen. Und bei Pirelli, Metzler etc. ist es zum Beispiel genau umgedreht. Aber das ist hier ein wichtiger Faktor. Das heißt, so etwas kann immer einen Einfluss haben von den Mischungen zum Temperaturverhältnis, was zum Beispiel bei dem Soft hier nicht so ganz funktioniert hat. Da kann es auch viel zu heiß gewesen sein. Das erzähle ich euch dann später, mit was es besser funktioniert hat. Aber als ich den XS gefahren bin, der war in einem guten Temperaturfenster. Und das war auch hier in Rijeka. Also den habe ich nicht in Brünn gefahren, sondern den habe ich in Rijeka gefahren. Und da sieht man, der Reifen hat mächtig, mächtig viel Grip gehabt. Einfach anhand dieser Bildung da. Und das ist eigentlich ein optimal, perfektes Reifenbild. Da sieht man, dass das Fahrwerk gut passt. Man sieht jetzt hier, dass das die linke Seite ist. Und das ist hier die rechte Seite. Liegt daran, dass Rijeka halt links rum ist und wenig Rechtskurven sind. Deswegen ist hier links rum der Reifen offenporiger und hat mehr Beschleunigung gehabt. So, jetzt muss man sich natürlich auch mal anschauen, wie es überhaupt nicht ausschauen soll, so ein Reifenbild. Da gehen wir jetzt mal kurz rüber ins Reifenregal. Der Dennis, der hinter der Kamera steht, kommt einfach mit. Bitte nicht beachten, hier irgendwie Saustall oder so. Ich bin hier gerade am Umladen, Ausladen, Einladen für das nächste Event. Ich hebe mir hier immer so ein paar Reifen auf, die ich noch brauchen kann oder die ich zum Beispiel auch nicht mehr brauchen kann. Wo ich sage, die sollte man aber aufheben, um diverse Dinge zu sehen. Das ist hier ein klassischer Aufriss. Also das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn so ein Reifen so richtig krass aufreißt, dann schaut das so aus. Und so sollte das auf jeden Fall nicht sein. Und das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Das ist jetzt ein Pirelli, das ist ein SC2. Das ist kein Straßenreifen, das ist ein profilierter Slick. Den habe ich mal gefahren gehabt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich den mal gefahren gehabt. Und bei Pirelli ist es halt so, der ist halt noch viel empfindlicher als der Bridge dann auf irgendwelche Einflüsse. Und das ist zum Beispiel ein SC2, der ist halt für geringere Temperaturen. Also ein Medium, der quasi bei Pirelli für geringere Temperaturen ist, was bei Bridge dann andersrum ist, wie vorher erwähnt. Da kann man jetzt davon ausgehen, weil das Fahrwerk grundsätzlich gepasst hat bei dem Motorrad, kann man davon ausgehen, dass der SC2, dass es für den einfach zu warm war. Und dann reißt der relativ schnell auf. Und das ist halt schade, weil der Reifen halt dann innerhalb kürzester Zeit einfach kaputt ist und dann so aussieht. Und momentan muss es das Problem angeblich auch in Zolder bei allen verschiedenen Temperaturen geben. Mit dem neuen Asphalt kann ich nicht beurteilen, warum das so ist. Aber da war es auf jeden Fall ein Mischungsproblem. Das Ganze kann beim Pirelli aber auch der Fall sein, wenn das Fahrwerk zum Beispiel nicht passt, wenn die Dämpfung oder die Geometrie auch nicht passt, wenn der Hinterreifen entweder zu viel Schlupf oder auch zu wenig Schlupf hat. Das kann auch möglich sein. Was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel auch noch gute Reifenbilder. Das ist zum Beispiel ein Pirelli. Der hat schon ein bisschen aufgerissen hier. Nein, 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 nicht aufgerissen. Also das darf man jetzt nicht sagen. Das ist eigentlich so im guten Bereich. Also genau so sollte er eigentlich ausschauen. Wenn man beim Pirelli das hier so ein bisschen sieht, dann ist das kein Problem. Der hat eigentlich schon ordentlich Grip gehabt. Das ist eigentlich schon ganz gut. Der ist vielleicht vom Luftdruck her nicht optimal gewesen, weil er da so ein bisschen so eine kleine Kante drin hat. Ich weiß nicht, ob man es sieht im Video, da hat er so eine kleine Kante drin. Ich denke, da hat er ein bisschen wenig Luftdruck gefahren. Das passiert beim Pirelli meist, dass sie tendenziell mit ein bisschen zu wenig Luftdruck gefahren werden. Da habe ich aber eh schon mal ein Video gemacht, da lieber ein bisschen mehr Luftdruck. Ein Pirelli so 1,7. Wenn man reinkommt, ist bei dem okay. Dann würde ich nicht runtergehen auf 1,5. Dann macht der Pirelli dann solche Kanten rein. Sieht man hier auch ein bisschen, dass er hier so ein bisschen eine Kante hat. Und so einen Einfall hat, so einen kleinen und da nicht gleichmäßig aufgelegen ist. Weil er soll halt in der Kurve beim Rausbestandigen halt gleichmäßig aufliegen. Und nicht nur auf der Flanke und nur auf der Mitte, auf der Schulter. Dann haben wir hier noch Reifenbilder von Britstein & Co. Das ist hier, was haben wir hier für den Britstein? Mal kurz auf die Mischung schauen. Das ist 3LC-SM, also Soft-Medium, der wo außen hier die Soft-Flanke hat und hier den Medium-Bereich. Das ist auch wieder ein Reifen, der halt sehr, sehr, sehr gut ausschaut. Da wo ich weiß, der hat gut Grip gehabt und hat ein schönes Profilbild. Genau so soll das auch ausschauen. So, dann gibt es natürlich auch Reifenbilder. Da kann man ein bisschen so den Fahrer erkennen. Dann kann man erkennen, ob der Kandidat wie der gefahren ist. Muss ich mal schauen. Irgendwo habe ich hier einen. Ah ja, hier habe ich einen. Das ist so ein typischer Fall für, da werde ich ganz oft gefragt von vielen, ob denn die Reifen noch gehen und warum das die so aufreißen. Also das ist definitiv kein Aufreißen, was der Reifen hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Reifen hat überhaupt kein Problem. Das, was du hier siehst an Struktur, an Unebenheiten, das ist lediglich Dreck. Das ist Dreck, den der Reifen aufgesammelt hat. Und zwar kommt es, wenn, also muss man, darf jetzt keiner persönlich nehmen, aber wenn der Fahrer einfach noch nicht aus der Kurve so extrem herausbeschleunigt, dann dreht es den Reifen, dann dreht es den Dreck nicht runter, der da drauf gesammelt wird. Das heißt, der Dreck, den man da sieht, das ist quasi das, was man von der Strecke, den Gummi, den man von der Strecke aufsammelt, der klebt dann da dran. Und hier, wo er dann in aufrechteren Zustand mehr Gas gegeben hat, da wird der Reifen auch wieder glatter. Aber eben in die Schräglagen, hier sieht man es noch deutlicher auf der Seite, hier in den Schräglagen hat halt der Kollege halt wirklich überhaupt kein Gas gegeben und deswegen sammelt sich das so auf. Und da hat der Reifen auch relativ wenig Schlupf und somit zieht es das nicht runter. Also wenn euer Reifen so aussieht, dann ist er deswegen nicht schlecht. Jetzt müsst ihr euch die Indikatoren ein bisschen so in Acht lassen. Das sind halt hier die kleinen Löcher hier. Ich meine, der Reifen ist jetzt zwar fertig auch, aber ich sehe diese Bilder halt auch oft bei neuwertigen Reifen, die erst einen halben Tag alt sind und bei einem Einsteiger ist ein halber Tag alt, der Slick noch nicht kaputt, nur weil er das drauf hat. Also das ist lediglich Dreck, den man aufsammelt und der nicht runtergezogen worden ist. Und das hat eigentlich mit dem Reifenbild nichts zu tun, sondern nur das, was oben draufgekommen ist. Gehen wir mal noch rüber zu dem Medium-Reifen, der im berühmen Darm letztendlich funktioniert hat. Achtung, da ist die Rampe, dass du einen Puzzle-Bahn machst. Im Brünn hat man halt das Thema und das hat auch der MotoGP-Kommentator ganz gut gesagt, dass die extrem viel Spin gehabt haben. Also Reifen-Spin, Reifen-Schlupf. Und wir haben das auch bei mir im Data-Recording bei der Yamaha gesehen, dass der Hinterreifen extrem viel schneller gedreht hat als der Vorderreifen und somit der Reifen verheizt ist. Und das ist auch der Grund, warum man hier zum Beispiel bei der Yamaha, gehen wir noch mal kurz her, auch hier so ein bisschen diese Bildung dieser kleinen Bläschen und so, man sieht halt einfach, dass der Reifen da überhitzt ist, aber nicht im Ganzen, sondern nur auf der Oberfläche. Und das spiegelt auch ganz deutlich das Fahrerische wieder, das ich hier hatte, das Problem, dass der Reifen drei Runden funktioniert hat, vielleicht vier Runden und ab dem Zeitpunkt dann eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Und das war lediglich nur, nicht weil der Reifen von der Profiltiefe her verschlissen ist, sondern weil der Reifen quasi die Oberfläche überhitzt ist durch diesen irrsinnigen Spin, den der Reifen gehabt hat. Und das hat auch der MotoGP-Kommentator ganz gut erklärt, Michelin hat denen das erklärt, dass wenn der Reifen mal zu viel Spin gehabt hat und sich der Reifen quasi an der Oberfläche überhitzt hat, dann ist er auch kaum zurückzuholen. Und das war irrsinnig signifikant hier. Ich konnte in den ersten drei Runden acht der Zeit fahren und hätte sogar teilweise noch schneller können. Und der Grip war sehr gut in den ersten drei Runden und dann war er auf Anhieb weg. Aber so weg, dass es im Endeffekt überhaupt nichts mehr ging. Also es war, wie wenn der Reifen kaputt wäre und gar nicht mehr funktioniert hat. Und da war der Soft, es war, erstens ist der Grip im Brünn momentan einfach schlecht. Keiner weiß warum, da gibt es die übelsten Philosophien. Und zum anderen denke ich, dass es dem Soft einfach viel zu heiß war. Weil als ich dann nämlich ein Medium drauf hatte, hat das relativ gut funktioniert. Und den Medium habe ich jetzt noch auf der Serien-Yamaha drauf. Da muss ich jetzt mal kurz den Ventilator abschalten, sonst wird das ein bisschen laut. Das sind meine Serien-Yamaha hier, die nehme ich ja quasi zum Instruieren her. Und ich hatte hier einen sehr schnellen Kunden drauf, mit dem ich hier gefahren bin. Der ist so zwei Zwölfer-Zeiten gefahren in Brünn. Also habe ich mit dem Serien-Motorrad schon recht viel zu tun gehabt. So nebenbei, könnt ihr mal raten, in Brünn bin ich mit meiner Renner 1 letztes Jahr 07 gefahren. Und dann könnt ihr mal raten, was ich hier mit so einem Serien-Motorrad fahre. Der Unterschied ist nämlich gar nicht so groß. Der Preisunterschied ist aber relativ groß. Und jetzt, wenn wir uns einmal den Reifen hier anschauen. Das war jetzt ein Medium. Und der ist eigentlich genial. Also der ist richtig geil. So wie dieses Reifenbild aussieht, das Ding hat richtig Grip gehabt im Verhältnis zu dem Soft. Auch wenn der Medium in dem Bereich hier auf der Edge-Flanke, also sprich in dem maximalen Schräglagen-Bereich, weniger Grip hat als der Soft oder als der 3LC, so kann ich das aber gut kompensieren. Dann darfst du halt nicht in so tiefen Schräglagen schon Gas geben anzufangen, sondern halt ein bisschen mehr aufrichten, dass du mehr in den Bereich reinkommst. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil das Grip-Problem in Brünn ist nicht am Scheitelpunkt in maximaler Schräglage, sondern das Grip-Problem ist eigentlich schon viel später am Ausgang gewesen, wo das Motorrad schon vielleicht maximal nur noch 20 Grad schräg war und eigentlich nicht mehr stark schräg war. Man hat das auch gesehen in der MotoGP, wie die da rauskommen, sind schon außen am Körper und dann hat das Moped immer noch so rumgetänzelt. Und das ist eben in diesem Bereich hier. Und da bringt mir der Soft eh nicht recht viel, weil der Soft nur im Edge-Bereich wichtig ist und in Kurven wichtig ist, wo ich aus ganz tiefer Schräglage zu ziehen anfange. Und das haben wir im Brünn eh schon kompensiert, weil das haben wir eh schon aufgegeben, wir wären ja froh gewesen, wenn wir in 20 Grad Schräglage ein Grip haben. Und da hat der Medium tatsächlich viel besser funktioniert und man sieht es immer auch an, das ist ein irrsinnig gutes Bild. Man sieht jetzt auch die rechte Seite, weil natürlich die Strecke rechts umgeht, hat viel mehr Porenöffnung als wie die linke Seite. Aber das ist jetzt schon hier grenzwertig, also das ist so maximal mehr, sollte der Bridge dann auf keinen Fall aufmachen, weil dann geht es im Fahrwerkbereich, dass einfach das Fahrwerk dann ein bisschen zu weich war. Aber für Brünn war das mit dem Serienfahrwerk eigentlich fast optimal, weil es so weich war, dass es eben diesen maximalen Grip zugelassen hat. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht das Serienfahrwerk in meine Renner 1 einbaue. Das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, weil da ist nur 90er Feder drin, was tendenziell zwar für mich zu weich ist, aber für diese irrsinnigen schlechten Gripverhältnisse war das vollkommen okay. Jetzt schauen wir uns nebenbei noch eure eingesendeten Bilder an. Ich habe da ein paar ausgewählt, nicht alle, weil das wäre nicht möglich gewesen, 500 Bilder kann man ja alle anschauen, aber ich habe ein paar ausgewählt, wo man ganz bewusst nochmal anschauen kann, was ist hier passiert, warum sieht das so aus, hat es vielleicht ein bisschen wenig Luft, ist es vielleicht ein Fahrwerksthema oder war es ein Mischungsproblem. Seid euch gespannt, geht gleich weiter. So, da ladet sie, dann schauen wir uns einmal hier ein paar Bilder an, die ihr irgendwie geschickt habt. Der Kameramann ist kurz weg, der holt sich in der Laborzeit und ich habe mich hier jetzt mal ins Office verkrümmelt und schauen wir eure Bilder an. Wir haben hier das erste Bild, ich weiß nicht, welches Motorrad das ist, aber ich sehe hier schon was, was wir vielleicht auch mal kurz besprochen haben. Und zwar sieht man hier in dem Bereich bei der Zwischenflanke und der Mitte sieht man so eine ganz deutliche Einbuchtung, so eine richtige Kerbe, wo so ein richtiger Abrieb da ist und nach links und nach rechts eben nicht mehr. Und das ist zum Beispiel ein eindeutiges Indiz für viel zu viel Luft, weil eben der Reifen keine absolut maximale Auflagefläche nicht gehabt hat, von der Flanke bis zur Mitte hin, sondern eben nur auf so einem schmalen Streifen aufgelegen ist und das sieht eigentlich nach wirklich viel zu viel Luft aus, kann man ganz deutlich sagen. Trotz alledem hat er den immer noch bis raus gefahren, was auch ein Indiz für zu viel Luft ist, ist zum Beispiel auch, dass man den Reifen nicht bis ganz raus fährt, weil eben der Reifen durch diesen vielen Gegendruck, des vielen Luftdrucks quasi, nicht bis ganz raus arbeiten kann. Schauen wir, was haben wir noch? Okay, muss ich hier erst wieder raussummen. Genau. So, was haben wir hier? Pirelli SC2 bei 25 bis 30 Grad. Auch ein sehr typisches Bild beim SC2, habe ich eh schon angesprochen. SC2, Pirelli-Mischung, Medium, ist für geringere Temperaturen gedacht und nicht bei 25 bis 30 Grad und der Pirelli ist da sehr horgelig. Der reagiert da relativ schnell mit Aufreißen und das hat der Reifen da auch schon angefangen. Man sieht da deutliche Einkerbungen, die jetzt nichts mit diesem Wabengeflecht hier auf dieser Seite haben, die ja gut ist. Also das ist in Ordnung, so soll es auch sein, aber das, was hier an der Flanke ist, dieses Aufreißen, dieses richtig Stücke rausreißen, das ist zu viel und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Reifen, das System einfach zu warm gewesen ist bei dieser höheren Temperatur, also SC2 ist eher für geringere Temperaturen geeignet. So, was schauen wir da noch? Mal hier wieder rausrummen, dann geht das auch. So, was haben wir denn hier? SC2, Pirelli SC2. Da kann man jetzt Rückschlüsse ziehen auf, erstens, dass es vielleicht zu heiß war, für den SC2 auch unter anderem, kann aber, naja, das wird schon so sein, dass es hier zu heiß war, kann aber auch sein, dass zu viel Luftdruck drinnen war, weil es ihn da eben zu stark nach außen gedrückt hat, links und als auch rechts, wenn ich so durchfluchte in den Reifen hinein, dann ist es eigentlich okay, aber für mich schaut es so aus. Ja, der SC2 muss man auch einmal grundlegend sagen, der SC2 ist schon sehr empfindlich, der funktioniert eigentlich relativ selten oder bei sehr seltenen Temperaturen, wo der wirklich gut funktioniert, kommt auch ein bisschen auf die Strecke, auf den Asphalt drauf an. SC2 ist sehr hoher Glick, was das anbelangt, aber das ist ja entweder auch zu viel Druck oder aber auch das falsche Temperaturverhältnis. So, das ist ein V02-Britstand auf einer Super Duke. Das ist, so soll das auch aussehen, so habt ihr auch ein paar Reifen von mir schon gesehen, hier noch ein bisschen Dreck nach außen geschoben, das ist vollkommen okay. Der Reifen schaut gut aus, ist hier genau zwischen den zwei Punkten. In der Beschleunigungsphase sieht man genau, wie es hier zwischendrin sich das Profil in schöne Wabenbildung gibt. Es könnte noch ein bisschen mehr Wabenbildung sein, kommt aber dann vermutlich, wenn man einfach noch ein bisschen mehr Gas gibt und den Reifen noch mal ein bisschen mehr zieht, dann ist hier noch mehr Struktur dann zu erkennen. Aber das schaut im Großen und Ganzen sehr, sehr gut aus. So, dann haben wir ein V02 aus Oschersleben. Und in Oschersleben, ein Soft ist das und das schaut für einen Soft sehr gut aus, da haben die Temperaturverhältnisse gepasst, das war quasi nicht zu heiß, weil der Soft ja, jetzt haben wir schon gelernt, bei heißen Temperaturen anfängt, hier Probleme zu machen und das war aber in dem Fall nicht der Fall. Das, was man hier sieht, ist eigentlich wirklich mehr als genial. Das gefällt mir sehr gut. Der hat einen richtig, richtig Grip gehabt und der Kollege hier, der hat auch ordentlich am Kabel gezogen, sonst würde das nicht so ausschauen. Dann haben wir kurzzeitig noch ein Vorderrad. Ich mache jetzt eigentlich hier kein Vorderrad, aber das habe ich mit einnehmen müssen, weil das ist interessant, das war, glaube ich, Sachsenring oder so, hat er geschrieben. Also Jungs und Mädels, wenn euer Vorderrad so aussieht, dann stimmt entweder eure Fahrwerksgeometrie mal überhaupt nicht oder der Reifen ist uralt und ihr seid komplett lebensmüde, weil der Reifen, der hat zu richtig auf die Patsche bekommen, das sollte so nicht sein, ist sehr gefährlich, der hat extrem untersteuert, man sieht, dass der Reifen extrem drüber geschoben hat und auch schon eine deutliche Kante hier zu sehen von der Stelle bis nach außen zur Flanke, eine deutliche Kante drin, das heißt, er hat auch schon ordentlich Profilabrieb gehabt, sieht man auch hier, wenn man hier ein bisschen so reinfluchtet in den Reifen. Also so soll ein Vorderrad auf jeden Fall nicht aussehen, obwohl ich hier kein Vorderrad bespreche, nur mal so nebenbei, dass man mal das gesehen hat, das hat mich sehr überrascht, das Foto. Ja, und weiter geht's mit den nächsten Informationen. Ich habe euch ja schon mal ein bisschen gesagt, welche Luftdrücke ihr in verschiedenen Reifen fahren sollt, das ist ein uraltes Video von mir, also wirklich uralt, aber die Luftdrücke passen trotzdem noch. Es ist natürlich die Frage, viele fragen sich, wie erkenne ich, ob mein Luftdruck passt. Ich habe tatsächlich leider keinen Reifen persönlich hier, wo der Luftdruck nicht gepasst hat, weil ich da sehr penibel bin, aber ich kann euch zum Beispiel sagen, wenn zum Beispiel der Reifen zu wenig oder zu viel Luftdruck drin hat, sondern wenn der zu viel Luftdruck drin hat, dann schaut es folgendermaßen aus. Ihr wisst ja, wir reden ja beim Reifen immer von einer Auflagefläche beziehungsweise von einem Latsch. Das ist immer die Fläche, die quasi in diesem Moment, in dieser Bruchteil einer Sekunde auf dem Boden aufliegt, diese Fläche, handgroß, wie auch immer beim Hinterreifen, und die für den notwendigen Grip quasi zur Verfügung steht. Und diese Fläche wollen wir so groß wie möglich machen, und dann könnte man ja auch sagen, naja, also mache ich noch weniger Luft rein, dann wird die Fläche ja noch größer, weil der Reifen noch stärker zusammen gedetscht wird und somit diese Fläche größer wird. Das ist theoretisch zwar richtig, aber diese Fläche braucht auch einen gewissen Gegendruck, die quasi durch den Luftdruck zustande kommt und dann quasi die Balance zwischen Auflagefläche und Luftdruck herstellt. Und wenn jetzt zum Beispiel der Fall ist, dass man zu wenig oder zu viel, in dem Fall sagen wir mal zu viel zuerst, zu viel Luftdruck drin kann, dann wird die Auflagefläche weniger, das heißt, weil der Reifen wird härter, das heißt, ich kann nicht so viel Druck aufbringen von außen, um den Reifen zusammenzudetschen. Dann entwickelt sich in diesem Bereich der Beschleunigung so ein leichter Streifen, so ein Streifen, wo man sieht, okay, dann macht der Reifen so eine Kante, die Kante quasi als einziges aufliegt und die Auflagefläche zu gering wird. Und das sieht man ganz stark, wenn man so ein bisschen so reinfluchtet in den Reifen, so von der Entfernung ein bisschen so und dann der Reifen da ein bisschen so eine gerade Kante drin hat, anstatt dessen, wie er jetzt ist. Jetzt ist er schön, sieht er, jetzt ist er schön rund und hat eine perfekte Auflagefläche gehabt. Das macht die Kabe auch irrsinnig gut, muss man dazu sagen, mit dem Fahrwerk. Das ist eines der Dinge, die gut funktionieren. Und wenn da zu viel Luftdruck ist, dann hat man da so eine leichte Kante drin. Das Ganze gibt es natürlich auch, wenn man jetzt zu wenig Luftdruck drin hat. Und dann ist es nämlich so, dass sich genau der Bereich nicht so viel Auflagefläche kriegt, wie der und der Bereich. Und dann sieht man, dass der Abrieb hier und hier ein bisschen stärker ist als wie hier, weil sich dieser Bereich zwischen den zwei Stellen hier ein bisschen in den Reifen hinein verkrümmelt und nicht 100%ig Gegendruck auf den Asphalt bringt. Also das sind so die zwei Indizien. Also ein perfekter Luftdruck ist eigentlich im Endeffekt zu erkennen, wenn der Reifen so ausschaut, wie der jetzt ausschaut und ich keine unnötige Kante drin habe. Natürlich wird die Kante, wenn der Reifenverschleiß höher wird, auch größer, auch im perfekten Luftdruck. Also ich meine, den perfekten Luftdruck, den kannst du nicht mit einem 120-runden alten Reifen erkennen. Da ist sowieso schon Feierabend. Aber wenn der Reifen so 20-30 Runden drauf hat, dann kann ich schon erkennen, ob der Luftdruck passt und dann passt auch das Profil noch von der Stärke her. Und das ist ja hier in dem Fall auch der Fall, der hat tatsächlich so 20-30 Runden drauf und dann kann man das ganz, ganz gut erkennen. Genau, das ist so ein bisschen so eine Pimmel-Daumen-Regel, wie man den Luftdruck erkennt. Und tendenziell ist es so, ihr müsst auf jeden Fall immer schauen, ich beobachte das auch sehr, sehr, sehr oft, tut es die Luftdrücke immer kontrollieren, beim Reinkommen vom Turn und beim Rausfahren auch, aber der entscheidende Luftdruck ist der beim Reinkommen und nicht der beim Rausfahren. Ich fahre jetzt zum Beispiel den Soft mit ein bisschen mehr Luftdruck teilweise, da gehe ich schon hoch auf 1,6, 1,7 beim Reinkommen und gehe meistens so mit 1,5 raus. Die Heizdecke heizt ihn so auf 90 Grad, aber der wird dann noch mal ein bisschen heißer draußen und dann pumpt er sich noch mal ein bisschen mehr auf. Hier auf jeden Fall noch mal der Quick-Tip, tut es auf jeden Fall, den Luftdruck kontrollieren beim Reinkommen und dann habt ihr plus minus 4, 5 Hundertstel den Luftdruck, mit dem ihr draußen rumgefahren seid. So, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Gebt mir natürlich gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert es auch gerne meinen YouTube-Kanal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann wird es schleunigt Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.